More Space heißt, alle sind hier, die mit Raumfahrt was zu tun haben. Bremen ist das Zentrum der Raumfahrt, das Silicon Valley der Raumfahrt. Ich erwarte interessante Beiträge, die von außerhalb der klassischen Raumfahrt-Community kommen. Es geht immer darum, sein Netzwerk, seine Fühler auszustrecken, interessante Kontakte zu knüpfen. Es ist auch mittlerweile bremisches Selbstverständnis, dass wir die Hauptstadt der Raumfahrt in Bremen sind. Die Bremen-Kombination von Großindustrie zu liefern Firmen, Forschung, Universität, Hochschule und Schulen in der Raumfahrt ist einzigartig. Wenn irgendwas ins Weltall fließt, ob im Raketenbereich, ob im Satellitenbereich, dann ist immer Bremen mit dabei. Wir haben exzellente wissenschaftliche Einrichtungen. Wenn man die Gelegenheit hat, diesen unglaublichen Blick in die Tiefen des Weltraums, das sind Eindrücke, die ein Leben lang begleiten. Alle Projekte waren ganz großartig und deswegen möchte ich mich gerne bei allen Teilnehmenden sehr herzlich bedanken.